Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Menschenrechte, Kinderrechte, Behinderungen, Erziehung, Gerechtigkeit, nachhaltige Landwirtschaft, Klimawandel und für welche Angelegenheit auch immer, je nach Bedarf, auf den verschiedenen Ebenen. Hey, schau mich an, wenn ich mit dir rede. Wie kannst du es wagen, sowas zu sagen? Ich will dich nicht mehr in der Schule sehen. Warum trinkst du jeden Tag? Kümmerst du dich überhaupt nicht mehr um die Kinder? Keine Widerworte. Ich werde dich umbringen. Welches Thema werden wir heute diskutieren? Inklusion. Seine Exzellenz, Mr. Ban Ki-moon, Generalsekretär der Vereinten Nationen, Hauptquartier New York, USA. Dürfen wir Sie um Unterstützung bitten, ein Weltkinderparlament zu gründen? Wenn wir Kinder einander zuhören und mit einer Stimme sprechen können, wenn wir wissen, was Teamwork bedeutet, wenn wir teilen können und uns um einander kümmern, dann kann es auch der Rest der Welt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017